Holy shit, haben wir die gerade outplayed. Holy shit, haben wir die gerade outplayed. Let's go! Pass da auf. Team! Vielleicht schon, let's go. Let's go! Wir spielen jetzt gegen Aurora. Warum sind die im Loser-Bracket? Das ist das türkische LCS-Team von denen. Ja, mit zwei Smurf-Accounts. Das ist das türkische LCS-Team. Aha. Warum haben die verloren? Wie können die denn verlieren? Erst mal, wo spielt wer? Willst du noch mal mit? Ein bisschen wütend hatte ich das Gefühl. Aber wie machen wir das dann mit den Lanes? Geht dann zenten wieder jengeln? Wir wissen nicht, was wir bannen sollen. Danke für das Gespräch, dass wir die bannen. Ich nehme mal an, die spielen halt Meta-Charmes. Ich würde Kalista für dich bannen. Dann wird's schon schwierig. Wir haben natürlich das erste Spiel nur verloren, damit wir gegen die spielen, oder? Natürlich, das ist ja fürs YouTube-Video. Wollen wir Elise oder so rausnehmen? Elise ist schon ekelhaft. Können wir machen. Den kann ich auch so auf Top-Lane spielen. Was soll ich dann? Mordecai sagen? Wie schlimm ist denn aufzuschauen eigentlich? Ich bin im Jungle und Sinten ist Top. Mordecai ist auch okay. Arthrox hätte man vielleicht noch binden können. Also ich fand Freddy im Jungle jetzt ganz gut, ne? Darin ist es eine sehr wichtige Rolle, Karma. Und deswegen? Ich geh mit. Oh Gott. Also ich kann. Egal wo ich sage. Ja gut. Du hast jetzt natürlich zweimal auf der Top-Lane abgeliefert, ne? Wollten wir sagen. Pick mir mal Renekton. Pick mir mal Renekton. Nein, 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 nein. Nicht Renekton. Pick Tumkensch einfach. Oder Six, ja. Renekton ist doch auch komplett fein. Hast du irgendwas, was nicht useless wird, wenn's die Lane nicht stompnt gegen einen Main-Toplaner? Kassadin und Viktor sollten wir binden, oder so. Wir könnten Tumkensch noch binden, wenn ihr den... Aber das ist, wie gesagt, wahrscheinlich halt sowas wie Seed Support, ne? Ja, aber lass ruhig Tumkensch geben. Also das ist üblich für uns. Dann binden wir jetzt Kassadin. Und LeBlanc, würd ich dann sagen. Da kann ich halt entweder... Du kannst auch Renekton rein spielen. Also wenn du dich mit Renekton am wohlsten führst, dann spiel den ruhig, ne? Das weiß ich nicht. Also das sollte ich schon gewinnen, eigentlich. Ich kenn halt eigentlich nur Shinten auf der Top-Lane, ne? Ja, ich wollt schon sagen, wo ist die einzigartige... Ja, dann könnten wir Miss Fortune jetzt picken. Alles zu viel AP. Miss Fortune, Miss Fortune, nimm Miss Fortune. Und dann spielt Tumkensch Misfortune Botland. Äh, was? Miss Fortune! Du kannst ja nicht Kassio picken! Junge! Gehen wir alle Ränder entgegen und dann... Du pickst? Wie habt ihr 10 Sekunden davor? Sindra ist der Hard-Counter für Kassio! Ja, da haben wir das keine Ahnung. Dann wie Renekton Mitte und ich getroffen. Renekton Mitte klatscht bestimmt komplett gegen Sindra. Okay, aber ihr müsst glaube ich Kassio Bot spielen. Du kannst ja nicht Kassio gegen Sindra spielen. Hä, was ist da das Problem? Hä? Das ist Camille-Jungle oder Seed-Jungle? Also höchstwahrscheinlich Camille-Jungle und Seed-Support. Casio ist echt supergut hier später. Das könnte halt theoretisch auch Indra ADC, aber das wäre auch toll. Wenn ich dodge, kriege ich minus drei. Können auch Irelia Mitte und Camille top sein. Das könnte es auch sein, ja. Schon beruhigende Musik. Das ist Camille-Jungle? Mitte sein, ne? Wir tauschen gleich. Ja, wir tauschen gleich. Ja, wir tauschen gleich. Dann tauschen wir. Dann haben wir die 10k-EQ-Mindgame. Die Engage-Mitte? Ähm. Ja. 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 Ja, gut. Ja. I mean. Schön. Dawn Norway sagt auch gar nichts mehr dazu, also. Ich höre dir die Schnapp-Arten im Team-Speak. Was für Tryhard, weißt du? Pass auf, den Level-2-Gang kommt. Die haben vielleicht absichtlich verloren, damit sie gegen uns spielen können. Aber die Mindgame hat schon mal funktioniert. Sehr gut, Leute. Wir haben sie. Es könnte sein, dass der mal in Blue invaded hat, weil die da gerade einmal gehovert ist. Okay, let's try it. Die Wurzelten abgelaufen sein. Oh, kann man das hier? Achtung, die Moven, äh, die Movenzeug. Ja, die Movenzeug. Ich bin super tot, ne? Oh, er hat den Auto gecancelt. Die sind vielleicht da. Die sind vielleicht da. Klebe, ich lebe, ich lebe. Die geht vielleicht für den Dive, aber. Kannst du mir? Nice. Ich glaube, ich muss da rein, weil die sind aber eh hinter mir. Es war blöd, dass die da schon gewartet hat. Gut von ihr gemacht. Ich dachte, die Boards sind abgelaufen, aber vielleicht war da einer noch. Ähm, die kommen jetzt wieder runter. Nehmen es sehr, sehr vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig. Die werden auf jeden Fall für euch gehen. Ich glaube, die Kamel geht top. Kann kommen nach den Ralf. Aber ich bin halt im Jungle. Die hat leider einen kleinen Advantage bekommen im Early-Game. Die ist Mitte. Oh, das ist tot, ne? Bockt aber. Alter, ist das... Also, wie haben denn die das erste Game verloren? Ich könnte mir ja vorstellen, dass die verfated haben, um gegen uns zu spielen, ja. Alles für die Reichweite von Team Aurora. Äh, hier ist ein Bot. Warte. Ich hätte das halt nur gekämpft. In Iran. Ja, ich krieg sie. Nein, ich krieg sie nicht, was ich hier. Kann ich da TP'n? Sterb ich dann? Ja, gucken wir mal, ne? Sorry. Die muss TP'n, ne? Komm. Du musst halt erst cooldowns von dir gebildet kriegen. Wird halt die Repester jetzt erst mal stacken. Was? Okay, komm zu mir. Das ist huge. Freestart, 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 freestart. Okay, top lane is over für die Gegner. Hm, scheiße. Ich hab halt kein TP. Nein, top lane is over, hab ich gesagt. Okay, ich geh jetzt zu meinem Redbox. Passt auf da. Die werden vielleicht für meine Bootser oder Drake spielen. Ich bin extrem stark. Ich kann vielleicht wieder ne Menge tun. Die bleiben auch Brügge die ganze Zeit halt. Die spielen sehr gut als Team halt zusammen. Ich könnte probieren, euch Boots zu covern. Aber dann nehmt die meine... Die könnte meine Topseite gerade nehmen. Kann sein, dass die mich jetzt gleich diven, ne? Ah, 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 ah. Ah, ich hab einen davon. Nice, 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 nice. Fast 1v2. Hat die Stun noch? Hat sie wieder, ja. Marmell ist super low, die kann nicht wirklich kommen. Die kommt jetzt eventuell von hier, aber Marmell super low in dem. Das ist kein Problem. Die haben komplett ge-in-to-footland. Keine Ult. Ich hab' einfach ne Power. Wohin gehst du denn? Oh, ist das unlucky. Alter, die sind komplett am in... Ja, das ist doch gut, ne? Die haben uns zugehört. Ähm. Ja, aber was sind sie denn am Ende? Nee, wait, ist das set? Er ist doch nicht am Ende. Gib ihm den Tentakell! Jaaaa! Du bist dieser Drecks-Champion, wirklich. Was ist das? Wie viel der gedacht hat am Ende? Die werden wahrscheinlich... Marmell ist schon wieder top. Ja, ja. Die hat halt... Die kann halt mich permanent invaden. Ich hab's bisschen missplayed gerade. Ah, die werden mich killen, jetzt. Die Rafe hat bouncen. Kannst du mich covern? Ja, ja, kann nicht. Dann lass mir doch kurz die Crumpen, wenn da ich sieben bin. Ich kann mich hinter dich stellen. Hier ist ein Sinner, ne? Wir können für die Sinner gehen vielleicht. Ich hab... Ich bin aber auch tot. Sindra kommt jetzt. Sindra 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 sindra. Sindra 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 sindra. Oh der killt mich immer. Nooo. Nice wer bleibt. Ja der kommt jetzt. Ich hab hier ne Senna. Alter. Ne. Oh mein Gott. Wie die permanent alle zusammen rotieren. Er ist halt ein LCS Team ne. Also typisch der LCS. Sie sind ja auch nicht so schlecht ne. Zu mir kommst Brügge wir können es probieren. Aber die Welt ist fein und sie hat keinen Flash. Oh schon. Vielleicht? Ja ist mein Wort drin. Nice good job Brügge. Hab nicht mehr so viel Bock. Wir können die noch ein bisschen. Hops nehmen. Hier. Wir haben geswappt. Könnt ihr direkt hochswappen? Wir können probieren da gleich zu gehen. Die Senna hat keinen Flash noch. Lass einfach probieren für die zu gehen. Hier wird in den Busch worden. Okay. Ich hab die Senna hinten. Okay. Ich komm für den Sit. Die move'n alle hoch ne. Die move'n jetzt von hier. Yeah. Deswegen glaub ich. Okay. Wir müssen die wave clearen am besten. Fangen. Oh mein Gott. Holy shit haben wir die gerade Outplayed. Holy shit haben wir die gerade Outplayed. Let's go. Pass auf. Damn. Ne. Schon let's go. Let's go. Das ist halt. Die sind halt schon ein bisschen. Mein ganzer Jungle ist permanent weg. Das ist auch nicht so Spaß. Sind alle da? Oh nein. Jawoll. Lebe. Ne. Ah ja. Okay. Nein. Was ist das? Red. Bitte. Ich hab leider keinen Smider gehabt am Anfang. Dass sie nicht überleben können. Pass auf Brücke. Die Scouting-Wild. Pass auf Brücke. Die kommt. Die kommt. Karma. Edith. Nein. Nein. No. Ja. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich trage alle Knöpfe. Let's go. Bassen Supporter. 6-2. 1-7. 0-7. Ich geh mit deinem Puffer. Ich geh mit ganz Zeit in die Säcke. Ich glaube das liegt an meinem Darkseal wegen dem Disrespecting. Der Disrespect Darkseal. Inzwischen. Hm. Ich glaube. Ich werd hier gechased. Verbrücke mehr haben wir leider nicht. Oh Gott. Können wir was probieren? Merve? Mal hier was probieren? Auch da. Irelia, die haben alles abgehoben. Oh Gott. Das war richtig gut. Holy Shit. Was? Wo ist ihr hingesprungen? Die sind aber immer am Diven. Okay. Wir sind alle gestorben. Das ist nicht gut. Achso. Das ist Fehleranalyse hier. Schön. Poke, poke, poke. Nice. Das ist huge, das ist huge, das ist huge. Ah sind gerade nicht. Das ist huge. Okay. Karma Edits. Movement. Der Sue ist halt Bomber. Ich kann glaube ich schon gegen dich gewinnen ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Kommt halt darauf an wie sie spielt. Wenn ich jetzt vielleicht meine Hydra hab glaube ich nicht. Brücke ich komm top. Bates ist zu denen? Ich bin schon dran ja. Sehr gut. Du hast den gebetet. Ähm jetzt musst du nur ein bisschen... Ähm Elena wir zwei. Ja. Du und ich. Hier oben. Du triffst jetzt die Syndra hier über die Ecke. Wir sind botlane ne? Ich glaube ich bin gleich botlane tot. Ähm. Ich glaube hier wird lehnchen. Oh du hast was ne? Sehr gut. Ja. Wir verlieren halt botlane. Wohl. Ne ich bin jetzt da. E-Nip können wir behalten. Ja die chasen mich auch grad zu 5 ne? Ja die Kamel kommt zu dir. Oh Leute. Ja mal kurz basen. Ähm. Die werden wahrscheinlich Nish gerade nehmen. Ich bin leider nicht da. Können den leider einfach machen ja. Jetzt gehen sie hin. Die haben gestartet. Die haben gestartet. Ich kann TPen. Ja du musst dich glaube ich opfern. Und ich probier den zu klauen oder so. Können wir den hier vielleicht anfangen? Soll ich TP hier hin? Turn. Komm mal. Na zwar. Wir haben halt keine Chance. Ja sie sind ein bisschen im Saft die Gegner sag ich mal. Ich bin halt einfach One-Shot. Boah die Senna hat mir aber auch echt viel Damage gemacht ey. Ja die ist ja auch Gigawatt. Schau mal die hat ja fast 6 Items. Na scheiße. Die Spielen ist echt gut. Ja mal super viele Minions. Den Tausender nehm ich. Alter wie lange Stunt denn die? Ich bin da drin ne. Alter. Wir haben wieder einfach halb ist. Okay. Ja schade. Komm ich komm ich komm ich team. Mindestens einen nimmst du noch mit. Mindestens einen schaffst du. Ja okay. Ich bin schon mal da. Mehr Monster schad ich mich heute. Oh immer noch überleben. Krass. Da war ich. Da haben wir mal ein bisschen abserviert. Das Clash. Ähm. Alright. Ja. Kann man nicht on on. Ich wollte Brücke on on. Ich hab's am meisten verdient ja. Nein Hat sich im Ohr Doberin Micro peut? Kilinar klar soddsinn Matters ist alles gut. Wir haben konserviert alles gut, оно simpler und es niedriges nicht mehr. Wobei Move neue Motorsagen eine Später vid. Wir haben die Sprache. Was wir da wieder einmal? Untertitelung des ZDF, 2020